Hi! Also, ich hab neulich von etwas gehört, das man Traumschlucht nennt. Und ich denke ständig darüber nach. Traumschlucht. Worum geht es dabei? Dass es viele Mädchen zwischen 6 und 7 Jahren gibt, die anfangen, an sich und ihren Fähigkeiten zu zweifeln. Sie haben für ihre Zukunft keine Träume mehr. Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass sie keinerlei Vorbilder haben. Versteht ihr? Das ist schlimm. Es gibt Mädchen und Frauen, die unglaubliche Sachen machen. Aber viele Kinder wissen einfach nichts von ihnen. Also, deshalb möchte ich von meinen Vorbildern berichten. Ihren Geschichten von Erfolgen, aber auch vom Scheitern. Damit sie alle inspirieren, so wie mich. Also, zu Ehren von Vorbildern sind hier ein paar von meinen. Ich bin ein riesiger Chloe-Kim-Fan. Die Snowboarderin aus den Winter X-Games. Wenn sie Snowboard fährt, ist das wie Ballett. Hallo, ihr Lieben. Heute früh sind Chelsea und ich auf dem Trampolin gesprungen. Und wir sind geflogen. Dabei hab ich ihr alles über Emilia Erhard erzählt. Sie gehört zu den berühmtesten Pilotinnen auf der ganzen Welt und ist eines meiner Vorbilder. Die meisten kennen sie als die erste Frau, die über den Atlantik geflogen ist. Aber das ist nur ein Teil ihrer wirklich spannenden Geschichte. Emilia Erhard ist zum ersten Mal mit 23 Jahren geflogen. Das war 1920. Es war Liebe auf den ersten Flug. In nur zwei Jahren hatte sie ihren Pilotenschein gemacht und sich ein gebrauchtes Zweisitzerflugzeug gekauft, das sie Kanarienvogel taufte, weil es knallgelb war. Ein paar Jahre später erhielt Emilia einen Anruf und wurde gefragt, ob sie die erste Frau sein möchte, die den Atlantik überquert. Furchtlos wie sie war, sagte sie ja. Doch das war 1928 und was sie eigentlich fragen wollten war, ob sie die erste Passagierin sein möchte. Auf dem Hinflug war ein Mann der Pilot. Danach dachte sich Emilia, also das war echt aufregend, aber ich möchte mit dem Flugzeug über den Atlantik fliegen. Als die Pilotin. Und ihr Wunsch wurde wahr. Sie brauchte 20 Stunden, um den Atlantik zu überqueren. In den darauffolgenden Jahren kletterte Emilia an die Spitze der Luftfahrt. Sie brach so viele Rekorde, nicht nur als Frau, sondern vor allem als Pilotin. Sie folgte nicht einfach nur ihrer Leidenschaft. Emilia Erhard ermöglichte es vielen Frauen, es ihr gleich zu tun. Sie schrieb Bücher und errichtete. Sie ermutigte Frauen auf der ganzen Welt. Chelsea hat mich gefragt, warum sie mein Vorbild ist. Doch dafür gibt es so viele Gründe. Ihre Beharrlichkeit, ihre positive Einstellung, ihre Tapferkeit. Für mich ist sie der Beweis, dass man alles sein kann, was man will. Ja, und man kann anderen auch dabei helfen und sie auf ihrem Weg unterstützen. In Gedenken an Emilia Erhard. Sie hat die Welt verändert. Ich wollte euch von einer weiteren schönen Tradition meiner Familie erzählen. Für euch wäre das auch was. Ich erkläre euch, was wir machen. Wir schreiben Briefe an unser zukünftiges Ich. Gut, da konnte ich noch nichts schreiben. Das habe ich gemalt, als ich fünf Jahre alt war. Ich wollte damals Tänzerin, Ärztin, Astronautin und Prinzessin werden, wenn ich groß bin. Ich erinnere mich noch, dass ich damals eine Freundin hatte, die mich damit aufgezogen hat, dass ich nur eins davon werden könnte. Echt jetzt? Also habe ich im Internet nach diesem Berufsbild gesucht. Tänzerin, Ärztin, Astronautin und Prinzessin. Und sie habe ich gefunden. Ist das zu fassen? May Jamison. Sie ist fast alles. Ärztin? Ja. Astronautin? Oh ja, und sie war sogar wirklich im Weltall. Und Tänzerin? Ebenfalls. Ganz richtig, sie ist Tänzerin. Sie hat Tanz studiert bei Alvin Ailey. Sie hatte sogar ein Poster von ihm im Weltall dabei, um klarzumachen, dass Kunst und Wissenschaft kein Widerspruch sein müssen. Also lasst euch von niemandem einreden, dass ihr im Leben nur eine Sache sein dürft. Das Leben ist lang. Macht was draus. Oh, und die Sache mit der Prinzessin, mal ehrlich, eine Frau, die im Weltall war, eine Rolle in West Side Story hatte, Krankheiten und Verletzungen heilen kann und die Kindern all die Möglichkeiten der Wissenschaft vor Augen führt? So jemand ist für mich eine Anführerin und jeder weiß, dass die besten Prinzessinnen gute Anführerinnen sind. Hallo Leute! Ihr werdet nie glauben, mit wem ich ein Interview führen darf. Mit der Ballerina Misty Copeland. Sie hat sich trotz ihres vollen Terminplans die Zeit genommen, mit mir zu reden. Wie cool ist das? Okay Misty, fangen wir mit den ernsten Fragen an. Käse oder Salami? Hm, Käse oder Salami? Ich werde jetzt mal Käse sagen, weil ich inzwischen kein Fleisch mehr esse, aber früher fand ich Salami richtig lecker. Wofür schlägt dein Herz, Barbie? Oh, äh, wahrscheinlich Käse. Es gibt nichts Besseres als geschmolzenen Käse. Was ist deine Traumrolle? Die hab ich schon mal gespielt. Es war Julia. Aber es gibt eine andere, die ich noch spielen möchte. Eine Rolle, die ich schon immer tanzen wollte, eine Traumrolle, wäre Kitri im Ballett Don Quixote. Oh, das hab ich noch nie gesehen. Das muss auf meine Liste. Barbie, magst du denn Ballett? Ich liebe Ballett. Übrigens, meine Schwester Chelsea hat gerade damit angefangen und wollte wissen, ob du Tipps hast. Vor allem, um sich die fünf Positionen zu merken. Ich denke, man sollte die Reihenfolge einhalten. Und die erste Position ist die einfachste. Also sollte man damit anfangen. Und ich denke, je höher die Positionen werden, desto schwieriger werden sie. Die fünfte Position ist ganz klar eine, auf die man hinarbeiten muss. Also merk dir, dass das die letzte sein muss, denn dabei endest du wie eine Brezel. Ich mag Brezeln. Okay, ein toller Rat. Ähm, welche coolen Tipps hast du bekommen? Lass nicht zu, dass die Worte anderer dich definieren. Ich denke, das ist sehr wichtig für mich, die viel auf der Bühne performt. Da wird man schon des Öfteren kritisiert. Bitte, Misty, nenne mir drei einfache Dinge, die dich glücklich machen. Ballett. Musik und gutes Essen. Geht mir genauso. Ähm, wovor hast du am meisten Angst? Ähm, naja, ich denke, eine meiner größten Ängste, ähm, schon als ich noch kleiner war, ist es, naja, jemanden, einen Menschen zu enttäuschen. Ich denke, das sorgt dafür, dass ich so hart arbeite. Und ich denke, das ist der Grund dafür, dass ich in meiner, in meiner Karriere erfolgreich bin. Wow, und was würdest du jemandem sagen, der sich seiner größten Angst stellen muss? Tu es einfach. Ich denke, es gibt keine Möglichkeit, sich auf etwas vorzubereiten, wovor ihr Angst habt. Ihr müsst euch einfach euren Ängsten stellen. Ja. Und ihr müsst wissen, dass ihr dann... Ihr werdet danach stärker sein und mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Das ist total inspirierend. Wer war dein größtes Vorbild? Raven Wilkinson. Sie ist eine ehemalige Ballerina vom Balleruse de Monte Carlo. Sie war eine afroamerikanische Ballerina, die erste, die aufgenommen wurde am Balleruse de Monte Carlo. Oh. Wer ist dein größtes Vorbild, Barbie? Ich hab so viele, ähm, also auf jeden Fall David Bowie, Mae Jemison, Melinda Gates. Weißt du, ich bin einfach inspiriert von Menschen, die mutig genug sind, aufzustehen und aufzufallen. So wie du es bist, Misty. Gibt es einen Moment, an den du dich für immer erinnern wirst? Den Tag, an dem ich zur Prima Ballerina erinnert wurde. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Vielen Dank, dass du heute in meinem Vlog zu Gast warst, Misty. Wir können es gar nicht erwarten, zu sehen, was für unglaubliche, inspirierende Sachen du als Nächstes machst. Hey, Leute! Es gibt da eine Sache, die Ken und ich gemeinsam haben, unsere Liebe für die Wissenschaft und das Weltall. Als wir Kinder waren, haben wir uns vorgestellt, dass wir Weltraumwissenschaftler sind, die auf den entlegensten Planeten verrückte Abenteuer erleben. Wir hatten eine ziemlich große Fantasie. Und unsere Lehrerin, Miss Nato, erkannte unsere Weltallliebe und schlug uns vor, ein Referat über Catherine Johnson zu halten. Sie war eine Pionierin im Raumfahrtprogramm und wurde schnell zu Ken's und meinem gemeinsamen Vorbild. Ohne sie hätten die Vereinigten Staaten nie einen Menschen ins All geschickt. Wir wären niemals zum Mond geflogen. Aber wisst ihr, was Ken und ich erfahren haben? Sie hat das mit Mathe geschafft. Die Raumfahrt war ein Traum über Tausende von Jahren. Aber es war Johnsons Mathematik, die es uns ermöglicht hat. Johnson hatte begriffen, dass Mathe nicht nur aus irgendwelchen Zahlen besteht, die für abstrakte Formeln stehen. Es ist ein Weg, die Welt um uns herum anhand einer Sprache auszudrücken. Durch Catherine Johnson haben Ken und ich gelernt, die Welt, das Universum, mit ganz anderen Augen zu sehen. Durch Mathe werden unsere kühnsten Träume wahr. Danke, Miss Nato, Sie haben uns den Weg geebnet. Und danke, Catherine Johnson, dass Sie uns die Welt und das Universum offenbart haben. Peace. 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 Peace.